Ja, willkommen zu einer weiteren Episode der Fortnite Daily News und heute soll es um ein paar Themen gehen. Zum einen eine Möglichkeit zu tracken oder beziehungsweise eine Übersicht zu sehen. Ja, wann sind eigentlich die letzten Bugs gefixt worden, beziehungsweise aktuelle Bugs, die ihr gerade im Spiel habt. In welchem Status haben die eigentlich? Fortnite hat da jetzt was offengelegt und eine Möglichkeit euch gegeben, wo ihr danach schauen könnt. Richtig nice. Dann eine riesen Änderung, was Save the World angeht, was absolut krass ist für alle, die von euch Rettet die Welt spielen. Absolut nice. Dann ja eine Neuigkeit, was alle Galaxy Besitzer angeht, beziehungsweise auch Leute, die ja nicht unbedingt ein Galaxy Skin besitzen. Da gibt es was Interessantes Neues und eine Neuigkeit zu Season 8 beziehungsweise zu Season 7. Und ich würde sagen, ja, wir starten mal direkt rein mit den ersten News. So, erstmal angefangen mit einer kleinen Neuigkeit, beziehungsweise eine kleine Sache, die ihr auf jeden Fall wissen müsst, wann ist eigentlich Season 7 zu Ende und wann beginnt Season 8. Um das mal ganz klar festzuhalten, beziehungsweise auch in Daten zu halten. Das Ganze geht zwei Wochen länger als sonst, denn wir hatten ja die Weihnachtsferien, beziehungsweise Weihnachten und deswegen hat Epic das ein bisschen verlängert. Das heißt, das Ganze endet am 28. Februar. So lange habt ihr also Zeit, eure Challenges und so weiter noch zu machen. Und am 1. März startet dann Woche, beziehungsweise Season 8. Also immer dran denken, 28. Februar, also der letzte Tag im Februar ist tatsächlich der letzte Tag von dieser Season für alle die, die sich mal ein bisschen Zeit lassen mit den Challenges. Ja, bei den nächsten News, wie ihr schon sehen könnt, geht es um, ja, ein Galaxy Note 9 beziehungsweise ein Case Bundle, was jetzt bald rauskommen wird. Sehr, sehr interessant. Ihr seht schon hier, hier ist das Case. Für alle, die die Note 9 haben, vielleicht interessant, die irgendwie was Fortnite-Verbundenes haben wollen. Interessant dabei ist, dass ihr nicht nur das Case bekommt, sondern ihr bekommt noch ein Lockscreen Wallpaper und ihr bekommt noch ein Homescreen Wallpaper plus ein Icon-Pack. Ich denke mal, aber die beiden Wallpaper wird man irgendwann auch runterladen können, auch für alle anderen Geräte. Das heißt also, das ist jetzt nicht unbedingt zwingend eine Sache, weswegen man sich jetzt vielleicht dieses ganze Paket kaufen sollte. Ja, bei den Icon-Paketen, das wird wahrscheinlich ähnlich sein, dass man sich das irgendwie runterladen kann. Für alle, die wissen, wie man APKs runterladen kann. Das ist vielleicht eine Sache, die jetzt nicht ganz so überragend ist und so berauschend ist. Aber dazu gibt es noch 1000 V-Bucks, was ganz interessant ist, plus natürlich das begehrte Galaxy Spray, das Lama Spray. Die Frage ist natürlich, immer, okay, jetzt glaube ich, ist es denn auch machbar, wenn ich nicht das Galaxy Set habe? Das weiß ich nicht. Das ist bisher auch noch nicht bekannt. Allerdings ist es natürlich für APKs sehr, sehr schwer zu tracken, ob ihr jetzt nun das Galaxy Set habt oder nicht. Deswegen würde ich sagen, der normale Menschenverstand sagt natürlich, hey, wenn ihr in den Laden geht und ihr kauft euch einfach, ja, ich sag mal, das Case, selbst wenn ihr gar keinen Note 9 besitzt, dann denke ich schon, dass ihr die Möglichkeit habt, natürlich die 1000 V-Bucks einzulösen und natürlich auch, ja, ein Wallpaper vielleicht zu nutzen und ein Homescreen, also ein Lockscreen zu nutzen und ein Wallpaper zu nutzen. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Weise gefährdend sein könnte. Aber ja, falls ihr eins kaufen wollt oder beziehungsweise schon eins gekauft habt, vorbestellt oder sowas, schreibt das mal in die Kommentare rein, denn Preise, soweit ich das weiß, sind auch noch nicht ganz bekannt. Ist auf jeden Fall mal ganz interessant zu wissen, wie teuer das Ganze wird, denn 1000 V-Bucks sprechen ja 10 Euro, wie ihr wisst, im Store zumindest. Und dann kann man nämlich mal rausschauen, okay, wie viel ist tatsächlich das Case-Wert und wie viel ist tatsächlich das Galaxy Spray-Wert. Mit dem Spray ist natürlich sehr interessant. Das ist natürlich immer so eine Sache gewesen bisher, auch bei Turnieren, die immer verteilt worden sind, so als Rarity-Item. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, von so welchen Deals, dass es jetzt tatsächlich auch in die echte Welt geht, dass man da Sachen kaufen kann und, ja, was Fortnite-related bekommt, auch tatsächlich ingame. So, eine Sache, die ich bei Twitter gefunden habe, die ganz interessant ist, von Fortnite selber. Und zwar gibt es jetzt tatsächlich eine Möglichkeit, um, ja, ich sag mal, alle möglichen Fehler oder Bugs oder so weiter, ja, zu tracken, beziehungsweise nachzuschauen, hey, wie ist da eigentlich der Status? Arbeitet Fortnite da eigentlich dran? Machen die irgendwas dazu? Gibt es da irgendwelche Änderungen? Ist das überhaupt bekannt? Und da gibt es tatsächlich jetzt eine Seite, einen Link, und den werde ich euch unten auf jeden Fall mal in der Videobeschreibung reinhauen. So, wenn ihr dann da draufgeklickt habt, sieht das Ganze so aus. Und da seht ihr schon, ihr habt hier an der Seite natürlich alles auf Englisch. Ihr könnt das Ganze hier oben aber auch, glaube ich, umschalten auf andere Regionen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber schon. Ne, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht könnt ihr einfach mit Google Übersetzer das übersetzen, falls ihr dem Englischen nicht ganz so mächtig seid. Auf jeden Fall habt ihr hier die Möglichkeit, seht ihr hier die Möglichkeiten so grün. Es ist einmal gelb, es ist orange. Und das ist halt, je nachdem, wie weit das Ganze ist. Zum Beispiel fangen wir mal hier oben an bei dem hier. Und zwar Increase in PC Crash. Das heißt also, bei einigen Leuten ist es so, dass die PCs öfter mal crashen bei Fortnite. Und dann ist sie, wenn ihr da draufklickt, seht ihr hier eine ganz genaue Beschreibung dazu. Und natürlich auch noch ein Diskussions-Thread. Da könnt ihr also draufklicken. Hier in dem Beispiel, das ist jetzt Reddit, wo Leute darüber diskutieren. Da könnt ihr vielleicht noch einige Updates holen und so weiter und so fort. Und hier steht auch ganz genau, wie ein Workaround ist. Also, wie ist das gelöst? Beziehungsweise, wie könnt ihr das selber lösen? Und das finde ich richtig, richtig geil für einige Leute, die riesige Probleme haben. Weil ich höre das immer wieder auch mit Leuten, die wir jetzt hier zusammen spielen, dass es immer wieder Probleme gibt. Zum Beispiel, hier gibt es Zip-Line-Issues und so weiter und so fort. Bisher gibt es hier kein Workaround. Und hier steht halt, woran liegt das? Und das ist sehr, sehr interessant, dass man auch mal eine Übersicht bekommt, auch als Spieler, zu sehen, hey, okay, wo sind die eigentlich jetzt gerade bei ihren Fehlern? Und patchen die das überhaupt? Oder haben die überhaupt vor, das zu patchen? Und gibt es da eine große Diskussion drüber? Deswegen auf jeden Fall daran teilnehmen. Falls ihr irgendwelche Probleme habt, schreibt auf jeden Fall selber mit in die Kommentare bei denen rein, beziehungsweise in diese Diskussions-Thread. Denn je mehr Leute reinschreiben, je auffälliger wird das und je schneller wird das gefixt. So, und dann kommen wir auch schon zu den News, was das Lama in Save the World betrifft. Und zwar ist es ja so, dass es in Europa, in China und in den USA, ja, ich sag mal, erste Schritte gab, um Lootboxen zu verhindern, beziehungsweise das Glücksspiel zu verhindern, in-game. Das war bei einigen Spielen so, die es hart getroffen hat. EA zum Beispiel ist gerade vor Gericht, soweit ich das weiß, im europäischen Gericht gegen Belgien, glaube ich, die das nämlich durchsetzen möchten. Und das Ganze ist so, dass man, ja, wie gesagt, das verhindern möchte, dass man, beziehungsweise das minderjährige Geld ausgeben für Dinge, wo man nicht weiß, was drin ist. Und das entspricht eigentlich Lootboxen. Und das Ganze gibt es ja bei Save the World auch mit diesen Loot-Lamas. Da weiß man nicht, was drin ist. Das Ganze hat jetzt nun Epic korrigiert und hat einen richtig geilen Move gemacht. Und zwar werden die Loot-Lamas noch das gleiche kosten, nur die heißen jetzt X-Ray-Lamas und man weiß vorher, was drin ist. Und das ist ziemlich nice, denn, ja, so gibt man nicht unnötig Geld aus, was man nicht haben will. Und man geht halt eben dieses Glücksspiel nicht ein. Und ich meine, Epic wird sowieso genug Geld verdienen. Wenn was Cooles drin ist, dann, ja, dann werden die Leute sowieso Geld ausgeben. Also von daher eine Win-Win-Situation, würde ich sagen. Und die Leute freuen sich auch. Community ist auf jeden Fall gut gestimmt. Aber ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr von dieser ganzen Geschichte haltet, was die Lootboxen angeht, auch was andere Spiele betrifft. Ich meine, es gibt ja auch große andere Spiele, wie zum Beispiel CSGO oder Rocket League, die das auch betreffen wird. Wie das Ganze dann aussehen wird. Findet ihr es gut generell, dass Lootboxen abgeschafft werden oder feiert ihr Lootboxen. Ja, damit bin ich am Ende meiner heutigen News. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr von den ganzen Themen haltet. Vor allem, ja, finde ich das richtig geil, dass jetzt Epic auch tatsächlich mal offengelegt hat oder beziehungsweise eine Möglichkeit bietet, wo man tatsächlich auch mal, ich sag mal, seine Fehler nachschauen kann, Bugs nachschauen kann, dies und das. Finde ich eine absolut coole Idee. Aber auch eure Meinung gerne mal rein zu diesen ganzen Galaxy-Geschichten generell. Es kommt ja immer mehr irgendwie, wir hatten jetzt einen Honor-Skin und so weiter und so fort. Eure Meinung mal dazu. Ich kann euch meine Meinung mal dazu sagen. Ich finde das nicht ganz so gut, muss ich sagen, dass es tatsächlich Real-Life-Sachen gibt, die tatsächlich auch mehrere hundert Euro teilweise kosten. Bei dem Case finde ich das jetzt ganz in Ordnung. Finde ich das jetzt zumindest nicht so schlimm. Das wird wahrscheinlich so 10 bis 30 Euro kosten. Irgendwie sowas in diesem Rahmen wahrscheinlich. Und da ist das dann ganz okay, wenn man dann irgendwie nochmal 10 Euro in V-Bugs wiederbekommt und ein Spray. Finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Aber ich weiß, dass es viele von euch da draußen gibt, die natürlich gerne Sachen sammeln und auch seltene Sachen sammeln. Und da finde ich das wirklich schlimm, muss ich sagen, dass ja die Leute, sagen wir mal, benachteiligt werden, die nicht so viel Geld haben und sich keine Möglichkeit bietet, für die jetzt einen Note 9 zu kaufen oder einen Honor oder was auch immer jetzt in Zukunft kommen wird. Finde ich ein bisschen schade. Da auf jeden Fall mal eure Meinung unten in die Kommentare. Würde ich gerne mal wissen, was ihr darüber haltet, über diese ganze Geschichte. Und ja, damit ich am Ende meines Videos, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da und unterstützt mich auch gerne mit dem Creator Code Van Snipes. Dann würde ich sagen, wir hören uns morgens in einer neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020